Hallo erstmal, wir sind von der Conti-Gruppe in Wohland und wir möchten Ihnen gerne eine Frage stellen. Gibt es da etwas, wofür Ihr Herz liegt, was Ihnen sehr am Herzen liegt? Ja, mir liegt zum Beispiel am Herzen, wenn Leute zum Glauben kommen. Das liegt mir sehr am Herzen. Weil selber habe ich Jesus kennengenannt und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich ihn kenne. Weil ich kann mich darauf verlassen. Ich weiß, dass er mich versorgt, obwohl es mir immer sehr schwer ist, das zu sehen. Und mir selber wollen alles machen. Also das ist zum Beispiel auch immer sehr schwierig, was uns Leute immer betrifft, dass die alles selber machen wollen und die alles kommen lassen, was mir immer sehr schwierig ist. Ja, da liegt mir eigentlich noch am Herzen, dass ich gesund bin, dass meine Eltern und meine Familie gut geht und dass ich gute Freunde habe, die mir auch immer nur helfen können.